Ein herzliches Willkommen hier aus der Zentrale. Die Leute, die schon etwas länger dabei sind, werden sich jetzt wundern. Hö, ein Video im ganz alten Format. Ja, ich nehme mit meinem Smartphone auf und zwar soll das wirklich nur eine kurze Ankündigung werden. Ich habe hier wieder ein paar Pflänzchen stehen. Diesmal sind es allerdings keine, sagen wir mal, rechtlich kritischen Pflanzen, sondern es wird vor allem um diese hier gehen. Ähm, das sind Chili-Pflanzen und diese werden in einem 40x40x120 Setup stehen. Vielleicht kommen da noch ein paar andere Setups dazu und ich kann euch mal ein paar Tricks und Kniffe zeigen, ähm, die bei unseren anderen Pflanzen identisch funktionieren. Hat einfach den Vorteil, ich kann euch wieder ein bisschen was Feines zeigen. Ihr könnt davon natürlich profitieren. Ähm, genau. So. Ähm, nächstes Video wird dann schon im Setup sein. Also da werde ich euch das Setup zeigen und, äh, mal so ein bisschen herumführen, was da so alles verbaut ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich, Leute. Woo!